so damit herzlich willkommen bei mir bei schminkerella bin alleine ich habe jetzt mal gedacht ich spiele jetzt ein bisschen alleine bis der neue server der 50 neue server fertig ist nebenbei quatsch ich mit anderen im discord und zock zeitgleich also jetzt wird jetzt eine entspannte runde ich habe schon eine welt erstellt gehabt so alleine random und ja gucken wir mal was uns so erwartet gehen wir mal auf weiter naja wird lustig ruhig ohne texture pack bei mir wenn ich alleine spiel ach du scheiße wir sind gleich bei dem do und ich habe bonus kisten angemacht wundert euch da nicht wenn ich alleine bin spielt es immer ja das hat immer wieso sollte ich nicht gleich die ganze kiste abbauen gut also ich weiß dass ich hier sparen gut 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 ist das schön ich verhungere schon mal nicht ich glaube ich ziehe ich gleich ein bevor ich das dorf erkunde fälle ich mir noch mal schnell bäumchen ihr habt gesehen ich habe neunzigen ich bin jetzt ein drache bin eine wunderschöne drache wir haben auch ein golem sprich ich könnte eine eisen farm hier machen mache ich aber nicht weil wenn ich alleine spiele brauche ich das gar nicht ich muss ja keine leute verflügen es ist ungewohnt für euch ohne facecam ohne mitspieler so ganz alleine eine chillige runde heute chill im pyjama ich habe heute irgendwie auch kein bock die facecam da an was sehe ich denn da mega geil mega geil oh mein gott ist dieser sieht geil was zum fick als erstes was ich immer mache wenn ich in mir in der kraft bin ich mobs mit bettel genau ein bettel im ob sich mir ein haus eine haus und ich weiß nicht wo ich anfangen mit so kleines häusel zu bauen der ich keine ahnung ich denke da oben geht schon hier kann ich oben drauf dann gehe ich meine werkbank bauen wenn ihr die let's plays lieber mit facecam habt oder ohne schreibt es mal gerne in die kommentare ich weiß es ist ungewohnt wenn es so ein ruhiger stream ist aber es muss auch mal sein ich bin ja sonst immer recht aufgedreht und spiel so ein bisschen fiktiven charakter aber heute bin ich einfach eine schlaftablette ich hab heute einfach keine lust irgendwie großartig quacky quacky zu machen ich werde diese welt hier immer wieder mal zwischendrin spielen um einfach mal ja zu relaxen oder wenn die anderen noch nicht auf dem server sind wobei ich glaube sobald der neue server existiert bin ich dauerhaft auf dem und werde dann von da aus alles aufnehmen es wird auch noch dem video wahrscheinlich ein 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 neues video vom nochmal neuen server kommen ich weiß gar nicht wie oft ich jetzt schon den youtube auf unserem kanal geschrieben habe euer neuer server ist da neuer server neuer server das war ja kein server jetzt muss ich mich korrigieren das ist ja eigentlich ein realem gewesen ein gekaufter gemieteter jetzt haben wir einen eigenen server gemacht weil der realem überhaupt nicht funktioniert oder realem oder wie man das sagt keine ahnung schießt mich tot jetzt darf ich das mit der hand abbauen das ist ja echt zum kotzen mega ätzend oh gott richtig ätzend das nervt super ich will aber hier eine fläche haben für mein haus mir leiden die fläche für mein haus 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 ist einfach geil hier der beste sieht er war einfach geil dass das den cid muss ich documenten infobox packen falls ich es vergesse, schreibt einen Kommentar, aber es ist mega geil. Oh, vielleicht spüre ich das doch öfters nebenbei. Oh, es ist geil. Bye, ich freue mich so. So, jetzt haben wir Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Da haben wir das gleich ganz oft. So. Was nehmen wir für einen Boden? Na, machen wir das einfach erst mal. Ich habe noch keine Tür. Ich bräuchte eine Tür. Eine Tür. Haben wir das erledigt. Ich werde schönere Häuser bauen, ich verspreche es euch, aber jetzt muss erst mal so ein Notunterkunft gedöhnt her. Ich könnte ja eigentlich da noch umziehen in so einen Berg und so und da hin. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wo ich hinziehen soll. Ach, ich baue einfach ungerade Zahlen. Ich habe nicht mal mitgezählt. So. So ein Minihaus, das reicht schon. Das reicht schon. Habe ich jetzt unbewusst gerade gebaut, oder? Oder? Ne. Sind da drei frei, da auch drei. Haben wir mal doppelt gemoppelt. Das sieht doch schon mal gut aus. Eins, zwei, drei. Ein... Och, blöd. Eins, zwei. So. Und das bauen wir jetzt die ganze Zeit. Ein dreieckiges Haus... Dreieckig, genau, quadratisch. Ich höre hier auch gar keinen Discord. Also falls jetzt einer reingekommen ist, ich höre dich nicht. Nur mal so nebenbei. Ikurnix. Ist das dasselbe? Nein, das war falsch. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich glaube, das war der hier, gell? Ja. Mist. Mist, 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 Mist. Aber der beste Seed, den es gibt. Bin gespannt, so wie die neue Map, neue Server aussieht und Co. Schade, dass ich heute, wie ich vormittag schon mal gespielt habe, nicht aufgenommen habe. Das war so geil. Ich habe ein Schiff gebaut. Das ist das erste Mal in meinem Leben, habe ich ein Schiff gebaut. Das war schön. Das war so schön. So schön. Eigentlich können die Leute, auch auf meine Welt, aber es hat irgendwie gar keiner Bock. Alle warten auf einen neuen Server. Aber das dauert, weil es ganz schön kompliziert ist zu machen. Und ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus. Habt ihr einen Serverbesitz in einem Server? Also, spricht mal mit mir. Talk to me. Was sucht du Dorfdeb da bei mir, hm? Ist mein Haus. Ist meins. Du musst gar nicht reingehen. Ups. Ja, reicht schon. Reicht schon. Reicht schon. Das, was ich mache, reicht. Hä, bin ich jetzt komplett blöd? Ich wollte ja nur drei hoch. Der Einzel. Ja, egal. Wurscht. Eins, zwei, drei. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. So. Pam, pam, pam. Die erste Folge ist die langweiligste Folge. Bei allem. Jeder farmt nur. Jeder holt sich sein Zeug nur. Ach, ja, herrlich. Ähm. Was mache ich denn für ein Dach? Das passt schon so. Ich baue jetzt erstmal. Oh, schweiß ich. Mich verletzt. Hat mir wehgetan. So. Es wird hier übrigens kein Speedrun. Das habt ihr bestimmt schon längst mitbekommen. Ich mache mir so ein Häuschen. Zack. Ich sollte die Werkbank mitholen. Ich voll Idiot. Es ist so ungewohnt unter Tick-Tscher-Pick zum Spielen. Das gibt es gar nicht. So. Ähm. Zu. Ach, Boden können wir jetzt einfach nur schnell machen. Also, da ist mir jetzt bestimmt keiner beleidigt, wenn ich mir jetzt hier noch einen Boden mache. Machen wir den so. Ja, es geht schon. Da, 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 da. Und nein, ich mache keine Timelips. Weil zwischendrin rede ich immer irgendwas. Verdammtisch. Ähm. Oh. So. Und die Mitte machen wir. Kann ich das? Geht das? Hey, das geht sogar. So. 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 Es sieht so scheiße aus, aber es ist nur fürs Erste. Es ist nur fürs Erste. Ich stelle euch mal vor, ich würde streamen, die Leute würden einschlafen. Ihr schlaft bestimmt auch schon beim Anschauen ein oder ihr habt schon links weggeklickt. Nehme ich euch nicht übel. Ich würde mir sowas auch nicht anschauen. Aber irgendwie haut man da dann doch zwischendrin mal irgendwelche Sachen raus. Von wegen, man möchte irgendwie irgendwas machen und so. Ja. Ne, ich sehe gerade, es ist keine andere Rede im Sprachchat. Dann battert, ja. Ähm. Jetzt beginnt's. Jetzt packen wir die Kiste da hin. Hallo. Hallo. Grüezi. Auf zu neuen Heldendaten. Ja, ja. Ich bin gerade in einer neuen Welt und ich nehme sie auch auf. Und ich bin ganz alleine und der sieht, das ist so geil. Das muss ich dir sagen. Der ist richtig geil. Ich weiß nicht, sind wir befreundet. Dann könntest du sogar mit auf den Seed gucken. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. Da, da ist wirklich der absolute Hammer. Der Sonnenzug ist zu werden, das nicht. Äh. Weiß ich nicht. Also beim... Also der sieht das wirklich geil. Ohne Scheiß, den hätten wir hernehmen müssen. Der ist wirklich... 1 plus mit Ständchen. Ich hab gerade angefangen zu spielen. Da ist es. Person suchen. Spieler suchen oder hinzufügen. Ja, normalerweise müsste man sich eh schon drin haben. Aber ich hab ja einen neuen Account. Weil der alte... Befreundet. Nicht gefunden. Noch nicht befreundet. Äh. Kannst du mir deine Anfrage schicken? Mach ich gerade, wenn ich die finde. Äh. Name ist... Weißt du eh, glaub ich, gell? Wie das geschrieben ist. Das habe ich schon mal. Null Follower. Nein, das B. Ah, da hab ich dich. Gut, warte, dann geh ich mal schnell raus aus dem Spiel. Beende die Aufnahme. Und dann sehen wir uns gleich. Du hast den mit dem blauen X-Box. Ja, Schminkgerilla. Ah ja, da steht sie in Melanie G. Ja, wie kann ich denn dich hinzufügen? Was ist denn dein Name? Merkst du gleich. Meinst du? Wenn ich hier auf der Map bin. Ah, ah. Ich hab dir gerade eine Anfrage geschickt. Äh. Was hab ich jetzt getan? Äh. Sie hat sie ja als Freundin zugefügt. Hab ich? Hab ich? Hab ich das? Echt? Bist du... Megageil. Jetzt müsste ich... Dich gleich mit drin haben. Ohne dass ich rausgehe. Es ist geil. Oh mein Gott. Bist du schon da? Ich muss vorher noch was. Nee, ich muss noch was erledigen. Oje, was denn? So, wer war das jetzt, Philipp oder Gerald? Aber... Ich hab hier laut... Der Dark Knight ist wieder mal in Action. Wieso? Der wahre Dark Knight. Ach so. Alter. Das ist hier so geil. Ich bin so happy. Ich weiß das nicht. Ja, genau. Riesst du und die schwarzen Ritter. Wo bist denn du? Hast du jetzt auch noch einen neuen Skin geholt? Ich hab der schwarze Ritter-Großschied noch gar... Ah, ich schuld. Nein. Und dann. Heute fress ich das Mikro auf, weil ich bin so nah vor dem Mikro. Hey, jetzt macht mir der Dorftepp da die Tür hinter mir vor meiner Nase zu. Was soll denn das jetzt? Du Dorfpatsi, du. Die haben ja überhaupt keinen Loot in die Häuser drin. Hä? Was zum Teufel? Das verstehe ich jetzt nicht. Hm? Komisch. Mysterium. Ich sag's dir. Richtig komisch. Der einzige Kiste? Bin ich dumm oder so? Da war ich schon drinnen, ja? Ja. Hier war ich noch nicht drinnen, oder? Oh, ich hab eigentlich... Was will ich mit einer Lederkappe? Was will ich mit einer Lederkappe? Weiß was? Wo sind die Dorfteppen? Ich schmeiß denen jetzt mal Brot hin. Macht mehr Kinder. Ich besorg euch Jobs. Bleib stehen, du nix nutzt. Da, zwei Brot. Du machst jetzt Kinder. Weil jetzt kommt dann bald der Tag zu Besuch. Und da brauchen wir ganz viele Kinder. Das Dorf, wo ich gespawnt bin, ist direkt bei dieser Pillager-Festung. Daneben ist gleich ein Dorf. Daneben ist gleich Pilzkuh-Landschaft. Dann... Das musst du gesehen haben, diesen Sieg. Der ist ja absolut geil. Ja. Der ist so geil. Aber leider ist in die Häuser gar nichts drin von den Villagern. Also... Keine Drohnen, nix... Schon alles ausgeräumt? Hä? Schon alles rausgeräumt? Na, ich... Spiel doch privat. Außer ich hat da noch keiner die Welt betreten. Ich hab da nix rausgeräumt. Achso, dann ist es ein verlassenes Dorf. Nein, hier laufen ja die Villager rum, aber die haben irgendwie keine Kisten drin, also das ist ganz komisch. So. Eine Kiste war da und da war nur so ein Lederlappen-Helm. Okay, ja. Aber es ist saugeil hier. Die Kappe kann ich gleich mal aufziehen als Drache. Oh Gott, ich schau ja richtig dumm aus damit. Naja. Geht eh schon hin, lieber. Goldener Schlangenring. Goldener Schlangenring? Na dann, wenn man was braucht. Mega geil, der sieht. Der ist ja Hammer. So, aber ich weiß jetzt nicht, ich bräuchte ein Dach, weil durch das, was ich mit dir nebenbei quatsch, bin ich echt nicht auf der Höhe. Ich zeig's dir. Ich bräuchte eine Spitzehacke. Bitte aus der Stein. Bitte aus der Stein. Ich hab auch gesagt, jetzt in der Aufnahme zu den Menchis, dass ich die Welt wahrscheinlich schon öfter spielen werde, weil die ist schon geil. Da gibt's bestimmt richtig harte, geile Sachen zum Erkunden auch. Und wenn ab und zu mal einer zu Besuch mit drauf kommt, weißt, ist bestimmt ganz geil. Halt. Ach man, ich hab meine Spitzhacke daheim lassen. Natürlich nicht so geil. Na, das ist nicht so geil. Wie viel Uhr haben wir es denn gerade? Verdammt. 10 vor 21 Uhr. Ui, ui, ui. Meinst du, ist das selber? Ja, aber Pascal hat ja nie erwähnt, dass es um 21 Uhr fertig ist. Nee, eh nicht. Trotzdem bin ich davon ausgegangen. Das heißt, nur du beschlossen. Ja, weil ich so ein Arschloch bin. Das hab ich nicht gesagt. Doch, ich bin ein kleines Arschloch. Aber ich bin ein liebevolles Arschloch. Na, weil, was soll ich um die Zeit dann online gehen, wenn ich eh nicht online gehen kann und was aufnehmen oder generell, weißt, weil alleine spielen habe ich jetzt auch nicht so wirklich Bock, aber auf der Map ist das wieder was ganz anderes. Also auf der Map alleine spielen, das ist schon geil. Auf der werde ich schon öfter spielen. Nein, ich hab noch. Wenn du raufkommst, falls du raufkommst, sag Bescheid. Spawnpunkt ist nicht weit weg. Was machst du gerade? Ich bin echt schon gespannt auf den Server. Doch, frag mich mal. Ich bin gespannt, welche Welt, wie und was, aber ich glaube, wenn wir Drachen haben, dann ist es dasselbe Seed, wie das letzte Mal. Heißt er? Ja, muss er ja den hernehmen. Also, wenn er die Drachen will? Ja, der muss ja den Seed nehmen, wenn er die Drachen will, weil es irgend so eine Voraussetzung ist. Außer es gibt eine andere Drachen-Mode. Nee, das ist dasselbe. Weil den hat er ja gekauft. Ja, schon, aber wenn du einen eigenen Server nimmst, hast du ja mehr Möglichkeiten. Ja, aber wenn er jetzt dafür auch noch bezahlt hat und sonst ist es ja auch hart. Ich meine, wir spielen da alle kostenlos und er blecht jeden Monat. Deswegen hab ich ja gesagt, komm, das was wir zugeben. Weil es ist schon teuer. Ja, aber er hat auch irgendwas gemeint, wie irgendwas mit 10 Euro. Ja, jetzt, wenn er die ganzen Dinger da berücksichtigt. Einen Ofen haben wir jetzt schon mal. Das ist ja auch schön. Sind das 5 Millionen oder 54 Millionen? Um was geht's denn? Hä? Hm? Was spielst denn du gerade? Daxos. Was hat ein Dapaging gemacht? Oh, ich hab eine Trophäe erhalten. Mann, war das laut. Irgendwas mit, ich hab irgendeine Ausrüstung oder so. Wenn es wirklich extrem laut ist, dann kann es sein, dass es eine Platin-Prophäe war. Die sind meistens etwas laut davon. Kann ich den Pilz nicht essen? Du, ich verhunger gleich. Kakao, Bohnen und Kürbiskerne. Oh toll. Du brauchst keine Schafe oder sonst irgendwas in der Nähe. Doch, aber ich will die jetzt nicht schon töten. Ich. Davon holen wir den lieber. Ich hab noch eine Karotte. Die gönne ich mir. Nom 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 nom. One apple. Na, wie war der Spruch? One apple a day keep the doctor away. So, jetzt hab ich, glaub ich, bisschen was, was ich brauch. Ich wollt ein Dach machen, weißt. Und seit, was weiß ich, Viertelstunde renne ich rum. Zwanzigmal hin und her, weil ich kein Dach mach für mein Scheißhaus. Tipptipptipptipptipptipptipp. Wir erkunden diese Map, weil sie so geil ist. Wir erkunden diese Map, weil sie so geil ist. Der Seat ist echt mega. Das hab ich schon gesagt, aber man kann's nie oft genug erwähnen. So. Jetzt machen wir das Dach fertig und dann gehen wir auf Adventure Time. Adventure Time. Also, wie geht's? Na, auf den Seat da. Geh spazieren. Achso. Das ist ein Duke, mein? Ja, ich dachte, du hast doch friedlich und, und. Ich dachte mir, hey, wie kannst du verhungern? Du doch friedlich hast. Na, ich spiel hier auf normal. Als ich quasi aktiviert hab, waren die Bonus-Tronen, Koordinaten, ähm, sonst nix. Mein Bonus-Tronen sind geil. Wenn ich alleine bin, Bonus-Tronen, mega geil. Kannst du, glaub ich, beim Relium oder beim Seat auch machen. Wobei, beim, äh, richtigen, äh, beim Server, beim Server weiß ich gar nicht, ob das geht. Bedrock ist da generell total anders, als wie, äh, Java. Java? Ja. Java ist eine andere Version. Da hast du irgendwie viel mehr Möglichkeiten auf der Java, als ja auf der Bedrock. Java ist auch die Ursprungs-Version. Ja. Na, keine Ahnung, ich bin's ja gewohnt, weil wegen, ich hab jetzt erst auf Playstation gezockt und dann hab ich's mir jetzt für ein Lappi gekauft, weil, kann ich einfach mehr machen. Selbst wenn ich so alleine spiele, weißt, könnte ich ja auch irgendwelche geilen Mod-Packs oder Co. runterladen. Das macht ja mein, mein Lappi nix. Also wenn ich jetzt auf der Playstation spiele, das geht ja gar nicht da. Da, da hab ich ja echt so oft Probleme gehabt. Öfter wie du und du spielst auf der Xbox. Jo. Bin aber gespannt, wann er kommt, wann er sich meldet, weil dann mach ich instant aus und bin die Erste, die sofort mit rüber will. Das sagst ja. Du bist dann auch gleich der eine. Auf zum Endbus. Auf zum Endbus. So. Jetzt gehen wir nach Hause. Und dann machen wir das Dach. So provisorisch natürlich. Jetzt hab ich's gelesen. 54 Millionen sind's. Danke, ich bitte. Das nehmen wir dann jetzt. 1, 2, 3, 4. Hm. Das wird schon reichen. 56 Stufen für so'n kleines Haus. Boah, hoffentlich krieg ich das jetzt hin. Und da schätze es niemals, wieviel, äh, Dings du brauchst. Ich hätt auch mal voll Lust, so'n Speedrun zu versuchen, so in Minecraft, weißt. Aber ich weiß ja noch gar nix. Ich hab ja null Plan. Dazu brauchst du zuerst die Enderperlen, die du nur von Endermen bekommst. Dann brauchst du so, äh. Ja, außer ich geh ins Netter. Ja, außer ich geh ins Netter. Und Lohenruten und weiter. Nee, du musst ins Netter gehen, damit du, äh, die Enderperlen zu Ende Augen machen kannst. Wie geht das? Das heißt, du brauchst auch ne Festung. Ja, mit Lohenstab. Den bekommst du nur in Netter bei einer Netter-Festung. Hm. Gott, das klingt schon viel zu kompliziert für mich alleine. Hm. Weil drum denk ich mir auf die ganzen Spirons, die man auf YouTube sieht, die sind, sagen wir so, zu 60% gefälscht. Du meinst, dass die sich ein Seed extra raussuchen, oder was? Ja. Ja, aber vielleicht laden die ja auch nur das hoch, wo es geklappt hat, weißt du, wie ich mein? Gehen dann halt instant raus aus dem Stream und Co., wenn zum Beispiel der Seed kacke ist. Also ich hab damit keine Ahnung. Ja, kann. Das find ich aber dann auch Cheaten. Ja, sicher ist es Cheaten im Prinzip schon. Ich glaub, sowas krieg ich im Leben nicht hin, auf meine alten Tage. Ich hab da ja bis zu den bis zu dem Zeitpunkt, wo du ins Netter gehen musst und die Netter-Festung finden soll. Binden. Die kann überall sein. Ja, das stimmt schon. Ach, ich hab keinen Plan. Ich weiß es nicht. Uff, jetzt ist es aber dunkel im Haus. Warte mal, ich hab doch hier noch drei. Kann ich vielleicht eine Kohle machen? So. So. Geht das? So. Geht das? Ja. Es geht. Ich weiß nicht. Hm. Na. Mist. Ich hab noch einen Ofen gemacht. Ja, egal. Da haben wir halt zwei Öfen. Ist ja wuscht. Na. 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 Ja, schauen wir mal. Geht's auf Adventure Time da. Zuvor brauch ich glaube ich noch was zum Essen. ich glaube spannend wieso denn ich weiß gar nicht was du das spielste tag irgendwas und das was sie sich anhört böses salz und ich dachte das ist ein neuer rekord böses salz auf was denn jetzt wird sie glaube ich gleich dunkle in dem spiel brauche ich auch noch mal los latschen oder was sagst du dazu wobei ich könnte mir so ein bett mitnehmen von dem bildschirm ja das mache ich nicht hallo hallo ich habe noch was im hintergrund gehört blaues eis ne danke bräunig hä war ich in dem haus schon ja wahrscheinlich hundertmal schon gut jetzt gehen wir ein bisschen spazieren ich weiß noch nicht in welche richtung ich gehen soll ich habe keine ahnung ich habe angst weil da hinten ist dieses pillager dorf da und ich habe halt gar nichts aber neben dem pillager dorf sind zwei dörfer einmal eins rechts und einmal eins links ich bin jetzt einfach mal zu dem rechten hin und dann schaue ich was passiert tauchen muss immer das beste denn so spielen das so schön ich liebe generell wasserspiele oder unterwasserspiele aber ich habe schiss was klingelten da so krass bei ihr und zwar denn das das ist du für musik dann ich bin jetzt gleich beim dorf des übrigens mitten bei dieser pilzkuhinsel ist wie geisteskrank ist das denn ist ja immer mega geil jetzt brauche ich es gerade da hinten angefangen zu haben ein haus zu bauen da ist ein bett da lege ich mich rein so und damit beende ich jetzt auch die aufnahme